Im folgenden Video erfährst du die Anwendung von ultraviolettem Licht. Fällt weißes Licht einer Glühlampe auf ein Glasprisma, so lassen sich auf dem Schirm dahinter Farben wie beim Regenbogen erkennen. Diese Erscheinung wird als Spektrum bezeichnet. Die verschiedenen Farbanteile im Licht werden aber unterschiedlich stark gebrochen. Es gibt jedoch auch Licht jenseits des sichtbaren Bereiches. Der Bereich jenseits des violetten Randes wird ultraviolett oder kurz UV genannt. Ultra heißt dabei jenseits von etwas liegen. Und das UV-Licht liegt von der Frequenz her oberhalb, also jenseits vom violetten Licht. Und wo spielt UV-Licht eine Rolle? Schauen wir uns die folgenden Beispiele an. UV-Strahlung tötet Bakterien ab. Man setzt sie daher bei der Sterilisation des OP-Bestecks im Operationssaal ein, aber auch zur Keimtötung bei Lebensmitteln oder in Kläranlagen. In der Zahnarztpraxis wird das UV-Licht zum Aushärten von Kunststofffüllungen eingesetzt. Über einen Quarzstab wird die ultraviolette Strahlung direkt zum Zahn geführt. Sonnenlicht enthält auch UV-Licht. Zum Beispiel führt dieses zum Aufbau des lebenswichtigen Vitamin D. Zu viel UV-Strahlung hingegen ist schädlich. Zu hohe Dosen über zu lange Zeit können zu Hautkrebs führen. Sonnencreme filtert daher den UV-Anteil heraus und schützt die Haut. UV-Licht hat auch eine bräunende Wirkung auf die menschliche Haut. Wenn die Sonne mal nicht scheint, kann man sich daher im Solarium unter UV-Licht legen, um braun zu werden. Papier und Waschmittel enthalten sogenannte optische Aufheller, die unter UV-Licht aufleuchten. Je mehr Aufheller sie enthalten, desto stärker leuchten sie. Diese Aufheller bewirken, dass der UV-Anteil des Lichts in sichtbares blaues Licht umgewandelt wird. Dadurch erscheint das sonst eher gelbliche Papier oder das Hemd nun schneeweiß. Als Schwarzlicht sorgt UV-Licht in der Disco dafür, dass weiße T-Shirts und Neonfarben richtig cool aufleuchten. Es gibt übrigens auch diverse Mineralien, die unter UV-Licht fluoreszieren. Und auch Geldscheine leuchten. Neben den vielen bekannten Sicherheitsmerkmalen gibt es auch ein Sicherheitsmerkmal unter UV-Licht. Hier fluoreszieren bestimmte Teile des Bildes. Außerdem befinden sich noch einzelne leuchtende Fasern im Papier, um Fälschern das Leben schwer zu machen. Suchst du noch weitere Lern- und Übungsvideos, Lernhilfen und Übungsaufgaben? Dann schau doch auch mal auf Schlau ist War vorbei.